Meine kleine Nichte hat bald Geburtstag und darum habe ich mir für sie und ihre Freunde eine Schnitzeljagd ausgedacht. Die Gruppe ist schon ganz schön weit gekommen. Der Schatz könnte an der Bushaltestelle, auf dem Sportplatz oder im Schulgebäude versteckt sein. Der letzte Hinweis verrät, dass der Schatz auf der Tangente zu diesem Kreis liegt, die durch den jetzigen Standort geht. Und jetzt fragen sie sich, was ist denn bitte schön eine Tangente? Wollen wir da mal helfen? Dafür solltest du wissen, dass eine Strecke einen festen Anfangs- und Endpunkt hat. Eine Gerade hat dagegen keinen Anfang und kein Ende. Außerdem solltest du die schon mit dem Kreis, seinem Radius und seinem Durchmesser auskennen. Am Kreis gibt es vier verschiedene Linien. Man unterscheidet sie anhand der Art, wie sie den Kreis schneiden und ob es sich um Geraden oder Strecken handelt. Eine Sehne erkennst du daran, dass ihr Anfangspunkt und ihr Endpunkt genau auf dem Kreis liegen. Die Sehne verläuft also immer durch den Kreis. Die längste Sehne ist der Durchmesser des Kreises. Weil die Sehne Anfangs- und Endpunkte hat, ist sie außerdem eine Strecke. Eine Sekante ist eine Gerade, sie hat also weder anfangs noch Endpunkt. Sie kommt von außen, verläuft durch den Kreis und verlässt ihn danach wieder. Eine Sekante schneidet den Kreis deshalb immer in genau zwei Punkten. Eine Tangente ist eine Gerade, die den Kreis nur in einem einzigen Punkt schneidet oder berührt. Sie kann im Unterschied zur Sekante also nie in den Kreis gelangen. Eine Tangente steht immer senkrecht zum Radius des Kreises. Und dann gibt es noch die Passante. Das ist eine Gerade, die am Kreis vorbeiläuft, ohne ihn dabei zu berühren. Halten wir also fest, die Anfangs- und Endpunkte der Sehne liegen auf dem Kreis. Eine Sekante schneidet den Kreis in genau zwei Punkten, während die Tangente den Kreis in nur einem Punkt berührt. Eine Passante geht immer am Kreis vorbei. Jetzt kann die Gruppe das Rätsel also lösen. Die Linie zum Sportplatz ist eine Sekante. Und zur Bushältestelle entsteht eine Passante. Die Tangente ist hier. Ich habe den Schatz also in der Schule versteckt. Hi! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau doch einfach mal auf LearnAttack.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und wenn du dann das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Natürlich mitsamt der Musterlösung. Den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Also schau einfach mal vorbei auf LearnAttack.de